Ich muss klöten noch einmal, es gibt Verkehrsregeln, du Tränen. Hey, Fräulein, schreib dir ein SMS auf Ihrem Handy. Das ist doch kein Vortritt, du Pfeife. Auf seinem E-Bike, der Cancellara, ist eng. Aber mach doch, dass man dich sieht, du kickelst, Fräulein, mit dem Handy. Fahrt einfach aus, als würdet ihr an die Strasse gehören. Hu, hu, zum Glück hat der Cancellara verschnitten zweimal geguckt. Schau besser zweimal, auch wenn du Vortritt hast. Vorsichtvortritt.ch Ja, ja.